Dave Webb von der Lazybande, sieh mal ein Arm. Der Zickenwart braucht kein Geld, Schnaps verträgt er sowieso nicht, kommt Jungs! Wenn einem der Schnaps so zu den Ohren rausläuft, dann sollte man aufhören zu saufen vor sich. Ab heute oder später einmal wirst du doch hängen, Willi the Kid. Was hast du jetzt mit mir vor? Willst du mich umlegen? Im Gegenteil, ich will mich mit ihnen anfreunden, Scherl. Hände hoch! Keine Bewegung! Und jetzt die Selle auf ein bisschen Dalli! Ich bin zwar erst kurze Zeit bei euch, aber immerhin, ich habe ziemlich viel erfahren. Den Blindschatmord zum Beispiel. Dein Maul, oder? Ich durchsiebe dich, Mensch! Willi! Idiot, wie soll man denn zu den Moneten kommen, wenn du ihn umlegst? Die Selle auf die Scherl. Nichts! Aua! Aua! Hey, Menek! Direkt da rein! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR